Willkommen zu unserem Höllenritt über den Ayer Highway. Unsere Tour über den Ayer Highway starten wir von Lossmann aus, ein wirklich klein und beschaulichem Örtchen. Die ersten Kilometer gehen noch durch reines Buschlands bis zu unserem ersten Stopp der Fraser Range, einem reinen Campingplatz ohne jegliche Versorgung. Nur einen 200 Kilometer Katzensprung von Lossmann entfernt, geht Baladonia, das erste Boathaus an der Strecke. Und jetzt richtig spektakulär, absolut nichts für schwatte Nerven. Wir sehen quasi schon die Schweißperlen auf eurer Stirn. Haltet ihr noch ein bisschen durch? Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Und das für 150 Kilometer. So, wo sind wir denn hier? Wir sind mitten auf der 90-Miles-Straight der längsten geraden Straße Australiens auf dem Nalabar-Plane. In Maldura gibt es einen Pass, von dem sich hier eine tolle Aussicht in die Ebene bietet. Und weiter geht's. Schließlich gilt es noch eine Staatsgrenze, um zwei Zeitzonen zu überqueren. Jetzt sind wir in den South-Australia. Hier wird die Strecke doch ein bisschen nach Wechselseite. Wir haben ab und an mal ganz nette Aussage wieder aufs Meer, die Küste. Und als wir dann hinter Penong auch noch die ersten Strommasten zu sehen bekommen haben, da wussten wir, die Zivilisation ist nicht mehr weit. So schnell sind 1200 Kilometer vorbei und wir erreichen Ceduna. Und wir bekommen auch noch ein Zertifikat, dass wir's geschafft haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.